Hallo und herzlich Willkommen auf meinem Bildschirm. Mein Name ist Michael Anger. In diesem Video möchte ich Ihnen vorstellen, wie wir einen Oberkiefersteg auf Cone Locked haben wir jetzt hier den Guide Implantatposition erkennen und ich wähle aus der Liste aus welches Implantatsystem hier verwendet worden ist. In unserem Fall, um diesen in das Zentrum des Bildes springen zu lassen, dann die Durchmessergröße korrekt eingeben. Hier haben wir jetzt ein 3,8er Cone Lock. Einmal die Situation erst einmal aus, ebenso die Anatomie.